Heute ist Montag, der 8. März und ich wollte euch was über das Wetter erzählen. Also ich habe jetzt erstmal beschlossen, dem Wetterbericht schon mal nicht mehr zu glauben, denn alles, was ich in den letzten Tagen gelesen habe und dann auch entsprechend hier gesagt habe, hat hinten und vorne nicht gestimmt. Gut, okay, gestern hat es tatsächlich geregnet, aber heute angesagt, Regen, wir haben herrlichen Sonnenschein. Und herrlichen Schiffsverkehr. Ja, so viel dazu. Also, wie jetzt das Wetter werden soll, kann ich nicht sagen. Es ist angesagt für die nächsten Tage, dass ab Donnerstag wohl ein relativ heftiger Sturm kommen soll, angeblich sogar mit Orkanböen. Ich glaube das erst, wenn ich das wirklich sehe und deswegen sage ich euch einfach, wie es jetzt ist. Also, es ist circa 6 Grad warm, es fühlt sich aber dadurch, dass die Sonne scheint, deutlich wärmer an. Ich finde es angenehm. Gut, barfuß würde ich jetzt noch nicht ins Watt gehen. Um 14.30 Uhr ist Niedrigwasser und aktuell ist es recht windstill. Ansonsten, der Sand hier ist aufgeschüttet und ich glaube die Vorbereitungen hier für die Saison haben begonnen. Ja, jetzt bin ich gespannt, wann hier die Bänke wieder aufgestellt werden und die Strandkörbe. Denn, so wie ich gehört habe, wird das alles für Ostern doch fertig gemacht werden. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt einen schönen Tag und wünsche euch viel Freude mit den weiteren Videos hier im Kanal. Gerade jetzt im Sonnenschein werde ich noch so einige machen, aber es gibt auch schon ganz tolle Videos aus dem Vorfrühling. Vor zwei Wochen hatten wir nämlich richtig schönes, warmes Wochenende. Okay, dann bis bald. Tschüss, eure Astrid Marie. Tschüss, eure Astrid Marie.